Gehen wir ins Treppenhaus? Gehen wir ins... Gehen wir ins... Entry Team, du hast die Hand auf! Polizei, holt deine Hand auf! Geh die F*** runter! Gold Team, move to my front! Moving out! Rechts, rechts, rechts! Gehen wir ins... Gehen wir ins... Gehen wir ins... Öffne es auf der Seite! Polizei, runter! Du bist auf meinem Platz! Du bist auf meinem Platz! Gehen wir auf deine Verdammte Knie, jetzt! Nicht hier, Herr. Ich habe nichts, lass mich gehen! High ground auf der Oberfläche! Seve ist bereit! Röger, Entry Team, großartig. Gehen wir weiter! Gehen wir weiter! Scherr... Weiß sicher wo ich bin? Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. 1 down Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Wann ist er gefangen? Was war er jetzt? Ich glaube, man kann quasi da und da beginnen. Aber wir stehen auf jeden Fall da. Zu hin? Move and clear. I'm on it. Provide support on me. Is this the phone? The phone is on. Police! Don't move! Move in and clear. Drop it and... 1. 1. Wir sind auf jeden Fall auf dem Park. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 3. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. Weitere, knight lashesages Tanzen! 8. 8. 9. hat mir jetzt der eigene erschossen und mich hat darin erschossen waren sie aber sonst nicht schlecht gespielt das solide eigentlich aber ich werde täuschen ja irgendwie es war nicht schlecht ich fand es war ein gutes freuen und die brennkarte war halt dann mal dann ist er durch die Tür gekommen und hat es gebaut so 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 wohnung zu wohnung sicher so wohnung zum schluss zum wegkannrad ich darf echt nicht mehr bei der mission blind durch die Tür gehen dauert es hin und herladen viel länger mit zu spielen so dumm anstellen so 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 wirklich ohne sterben ohne fehler einfach durch erwarten müssen also sobald wir tot sind müssen wir bei der ersten mission beginnen dachte eigentlich so ist das auch in dem modus haben mich getäuscht ich bin bereit diese missionen zu ende zu bringen mit fünf starten wenn es mission aber so ein spektar Ich gehe weiter. Ist das auch safe? Auch safe? Safe? Auf der linken Seite ist es safe? Ist das auch safe? Safe? Kann man da eigentlich runter gehen? Wieso kann man da runter gehen? Jetzt weiß ich warum, da kann man abhauen. Gut, gehen wir weiter. Mit unserer Wohnung heben wir uns jetzt zum Schluss auf. Schützen. War dann im Endeffekt auch nichts verfolgt. Ja, aber wir lernen, wir lernen es muss. So, dann gehen wir dann durch. Für die Barbos. Irgendwann. Wird zwar dauern, aber... Ich habe es echt nicht geschafft. Aber es war auch dumm die Tür so aufzumachen. Ich hätte sie seitlich eintreten sollen. So eintreten, ne? Wurscht, dann war weh in die Luft geflogen. Ich dachte, man zieht das Kabel aber vielleicht auch eben durch die... durch ähm... durch ähm... na... durch eh das Teleskop da. War aber nicht schon. Aber kann man nichts machen. Also das ist bis jetzt die härteste... also nicht die härteste Mission, aber einfach für mich. Wo man auf so viele Sachen achten muss. Und eben ich glaube aufgrund, dass es... so im schnellen Gefecht ist. Hätten wir uns auch vielleicht überlegen, so eine Waffe wirklich mal so. Sollten wir da wirklich mal... Sturmgewehr für das Außending und... jetzt zu innen. Eine MP. Bei der Tankstelle war Sturmgewehr, finde ich besser. Auch bei der Spindefahrne ist irgendwie besser. auch bei der Tankstelle war Sturmgewehr. Aber das ist mir mal eine andere Seite. Aber das ist mir mal eine andere Seite. eben gemeinsam mit dem dass er perception geschickt ist! их gosh... wir haben die Skuke die Skike Anstrengungen und Rad decidedب. fehlt es? Oh Und dann Ich bin auf dem Boden! Geht! Okay. 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 Speck down. Okay. Ich bin auf dem Boden. Ich bin auf dem Boden. Ich bin auf dem Boden. Das ist alles. Das ist alles. Haben. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben einen Suspekt hier. Wir brauchen einen Medikament. Wir können ihn auf dem Boden. Ja. Das ist noch einer. Was ist so gefährlich so rum zu gehen, dass ich nicht ins Rechte Zeck. Ich habe es geschafft. Wir sind nicht hier für dich. Polizei, auf dem Boden! Zivilisten, bereit zu gehen. Element, zu sprechen. Gut zu gehen. Talk zu Entryteam. Copy that. Trailer kommt. Ein Schuss hat mich jetzt getötet. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.